Ich habe schon immer in Deutschland Fußball gespielt. Mein Vater hat mich im Alter von fünf oder sechs Jahren dazu gebracht. Auch mein älterer Bruder Marco hat Fußball gespielt. Er wurde schon vor mir Profi, nicht in Freiburg so wie ich, sondern er hat erst in Stuttgart und dann in Mainz gespielt. Marco war immer ein Vorbild für mich, ich wollte es auch zum Profi schaffen, so wie er. Dieses Ziel habe ich in Freiburg dann erreicht. Danach habe ich weiter an mir gearbeitet, jetzt bin ich hier bei der Nationalmannschaft. Es ist immer noch ein Traum für mich. Im Fußball gewinnt man Spiele nur, wenn man gut verteidigt. Das ist in Deutschland und in Italien so. Für mich spielt das System dabei keine Rolle, ich laufe immer zurück und verteidige. Ich glaube, es ist auch im 3-5-2 auf der Seite, deswegen muss man immer wieder zurückkehren. Vielen Dank.